Mein Name ist Harzun Surydh, aber alle nennen mich Ainur. Sie könnte ich sein, oder auch sie, aber nee, das bin ich. Ich bin nur eine Frau, die sich nicht vorschreiben lassen will, wie sie und ihr Kind zu leben haben. Diese Ehe ist die Hölle. Erst verlässt du deinen Mann, und jetzt verlässt du deine Familie! Und damit habe ich den Tod verdient. Ainur, stimmt das, dass sie in einem Supermarktjob ist? Gleichzeitig wollen sie mich um den Jungen kümmern und zur Schule gehen. Ich krieg das hin. Alle reden über uns. Wer sich rumlöst wie eine Deutsche? Wenn du hoch. Tim. Wenn du nicht umkehrst, dann bist du nicht mehr meine Tochter. Ich will, dass du zurückkommst. Ich kann nicht mehr zurück. Du Hure! Das Kind ist unser Kind! Deine Familie, die hinter uns her ist. Deine Familie ist überall. Siehst aus wie ein Mann, kleine Schlampe. Was? Deine Familie ist das Problem. Dann liebe ich sie, dann hasse ich sie und dann liebe ich sie wieder. Du hast Schande gebracht, okay? Wenn die sich entscheiden müssen, zwischen der eigenen Tradition folgen und ihrer Schwester verzeihen, bist du die, die verliert. Du gehörst nicht mehr zur Familie! Das war's! Daran bist du selber schon. Du und dein Scheißverhalten! Du sagst mir nicht, wie ich mich benehmen soll! Ich rede, ich lache, ich ficke, wann und mit wem ich will! Zur Schande werden heißt, mit den Traditionen zu brechen. Diese Todsünde kann bei uns nur eins von beiden Geschlechtern begehen. Ich beginne mit den Traditionen zu betteren. Wie geht es um Ver specifications? Ich bin twin zu werden!